Da schau her, die Bacher Maria. Da schau her, der Zeisere Hannes. Tag, Gregor. Anna. Der Thomas. Die Flugschau, die hat sie verklemmt. Was ist denn mit dem Gregor? Wieso kümmert der sich nicht? Die hältst du nicht mehr aus hier auf dem Hof. Bist du ein Bauer, da bist du keiner. Ich muss jetzt wissen, ob du die Werkstatt übernimmst oder nicht. Das wissen sie doch. Du willst hier weggehen, den Vater allein lassen, den Hof. Das kannst du nicht wirklich wollen. Du kriegst das Geld und Maria kriegt den Hof. Aber erst, wenn sie verheiratet ist. Und was ist, wenn ich nicht heirate will? Du bist mit dem Thomas verlobt. Der Thomas ist halt nicht du. Überleg dir das gut, ob du mich abweisen tust. Ich hast fest heute am Abend. Einen besseren Begleiter wie mich, find's nicht? Du glaubst, dass sie kein besseren findet. Der Vater will dich verheiratet und du machst damit alle rum? Mit wem mach ich denn rum? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020